Was ist Vitamin B5 eigentlich? Vitamin B5 ist auch unter dem Namen Pantothensäure bekannt und gehört, wie der Name bereits andeutet, zu der Gruppe der wasserlöslichen B-Vitaminen. Wann ist die Einnahme von Vitamin B5 empfehlenswert? Im Allgemeinen ist Pantothensäure in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten, wodurch eine zusätzliche Nahrungsergänzung bei einer ausgewogenen Ernährung nicht unbedingt notwendig ist. Welche Symptome treten bei Vitamin B5-Mangel auf? Solltest du zu einer der oben genannten Gruppierungen zählen, dir aber nicht sein, ob du tatsächlich unter Vitamin B5-Mangel leidest oder dich ganz einfach für die Symptome der Mangelerscheinung interessieren, wird die folgende Aufzählung dir weiterhelfen. Wie viel Vitamin B5 benötige ich? Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung DGE sind die Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr an Pantothensäure insbesondere vom Alter abhängig. Was kostet Vitamin B5? In der Regel liegt die Preisspanne im Bereich von 10 Euro bis 30 Euro. Natürlich gibt es auch wesentlich teurere Präparate, bei denen wir aber kein Kaufempfehlung geben würden, da sie keine tatsächlichen Vorteile gegenüber den Produkten im gewöhnlichen Preissegment haben. Wo kann ich Vitamin B5 kaufen? Aufgrund der extrem hohen Nachfrage für Nahrungsergänzungsmittel bzw. Supplements, ist mittlerweile auch das Angebot an Shops und Produkten stark angestiegen. Welche Alternativen gibt es zu Vitamin B5? Da es sich bei bei Vitamin B5-Produkten lediglich um ein Nahrungsergänzungsmittel handelt, bleibt dir natürlich immer die Alternative, dich bewusster zu ernähren, sodass du keinerlei zusätzliche Substanzen zu dir nehmen musst, um auf deinen täglichen Bedarf zu kommen. Welche Lebensmittel enthalten Vitamin B5? Pantothensäure kommt in unserer Nahrung meist in gebundener Form als Teil von Q-Enzym A vor. Was sind Vitamine? Vitamine gehören, wie auch Mineralien und Spurenelemente, zu den Mikronährstoffen. Welche Symptome treten bei Vitaminmangel auf? Auch wenn dein Körper Vitamine im Verhältnis zu anderen Nährstoffen nur in sehr geringem Maß benötigt, kann eine fehlende, oder nicht unzulängliche Versorgung, zu durchaus erheblichen Mangelerscheinungen führen.